Freund Lochmar, wie lange wollen wir denn jetzt darüber noch reden? Bolognese. Bolognese-Drama. Bolognese an... Bolognese. Eine Bolognese. An der Bolognese. 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 Hatte Claudia eine tolle Idee und die lautete, wir behaupten jetzt einfach mal, man hätte uns bei der Schatzsuche Bolognese angeboten und wir hätten die abgelehnt. Keine Spaghetti gegessen. Aber dank ihr ist es raus. Sonst wäre es niemals rausgekommen. Und sie hat selber gesagt, sie wollte es gar nicht mit dieser Bolognese. Bäh, bäh, bäh. Was soll ich das sagen, ja? Ich habe für Bolognese nein gesagt und alle, oh mein Gott, wie toll, wie toll, wie toll.